Etwa drei Monate früher Erstes Kapitel Obwohl Maria ihre Hände zu Fäusten geballt hatte und sich alle Mühe gab, gelang es ihr nicht, ihre Stimme unter Kontrolle zu bekommen. Du kannst mich doch hier nicht erleiden lassen, schluchzte sie und wirkte dabei trotz ihrer 15 Jahre wie ein kleines Mädchen. Panik stieg in ihr hoch und drohte sie zu verschlingen. Angel hielt beim Packen seiner Tasche inne und sah seine Schwester an. Hinter seinen strähnig-blonden Haaren konnte man eine blutende Wunde auf dem Jochbein sehen. Bei diesem Anblick zuckte Maria zusammen, als wäre sie selbst geschlagen worden. Er bringt mich um, Maria, auch seine Stimme zitterte. Sie knetete ihre Hände, während sie von einem Fuß auf den anderen trat. Angel, wenn du gehst, nimm mich mit. Was soll ich ihm denn sagen? Nichts wirst du ihm sagen, merk dir das. Er umfasste Marias Hände. Mit eindringlicher Stimme redete er weiter auf sie ein. Er wird dir nichts tun. Er liebt dich. Du bist Mutter viel zu ähnlich. Hab keine Angst. Nicht mehr lang, dann werde ich zurückkommen und dich holen. Dann wird alles gut. Schluchzend half Maria ihm beim Verstauen seiner wenigen Kleidung. Hast du denn überhaupt Geld? Geld? Woher denn? Ich werde es auch so irgendwie schaffen. Warte, flüsterte Maria und verschwand leise auf dem Flur. Angel öffnete das Fenster und sah in die regnerische Nacht hinaus. Sturm peitschte um das große Haus und rauschte ohrenbetäubend in den hohen Tannen. Der Regen klatschte auf das mit schwarzen Ziegeln bedeckte Dach. Schon so oft hatte er darüber nachgedacht, wie er möglichst heil aus diesem Fenster bis zum Boden gelangen konnte. Heute war der Tag, an dem er es endlich ausprobieren würde. Warum nur hatte er so lange warten müssen, bis ihm keine andere Möglichkeit mehr blieb? War es Feigheit gewesen? Angel schüttelte die Überlegung mit einer kleinen Bewegung seines Kopfes ab. Heute würde sich auf jeden Fall alles für immer ändern. Ein Geräusch vor seinem Zimmer ließ ihn zusammenzucken. Unwillkürlich nahm er eine Position ein, der man die blanke Todesangst ansehen konnte. Seine weit aufgerissenen Augen fixierten die Zimmertür, wie die in die Enge getriebene Maus eine Schlange ansehen würde. Als sich die Tür mit einem leisen Knarren öffnete, machte er zwei Schritte auf das offene Fenster zu. Ein schwarzer Ledermantel schob sich durch den schmalen Türschlitz, bei dessen Anblick er mit einem Sprung auf dem Fensterbrett war. Ich bin's nur, flüsterte Maria und sah ihn mit erschrockenen Augen an. Ich bring dir Vaters Mantel. Du kannst doch bei diesem Wetter nicht ohne gehen. Sie beobachtete, wie ihr Bruder wieder ins Zimmer zurückkletterte. Du wolltest doch nicht etwas springen. Angel zuckte mit der Schulter, wenn er es gewesen wäre. Du würdest lieber in den Tod springen, als ihm noch einmal zu begegnen? Angel senkte den Kopf. Ja, der Tod wäre besser, als das hier ertragen zu müssen. Was hat er dir nur angetan? Sag es mir doch. Stumm schüttelte er den Kopf. Irgendwann werde ich es dir vielleicht erzählen. Irgendwann, wenn wir beide in Sicherheit sind. Wenn Mutter nur noch da wäre, schluchzte Maria. Mutter ist aber nicht mehr da. Und selbst wenn, hätte sie mir auch nicht helfen können. Maria senkte den Blick und reichte ihm den schweren Mantel. Hier, zieh den über. Als sie sein angewidertes Gesicht sah, fuhr sie ihn mit strenger Stimme an. Hab dich nicht so, es ist nur ein Mantel. Und du wirst ihn brauchen. Und hier, das ist auch für dich. Sie zog ein paar knisternde Scheine hervor und reichte sie ihm. Mehr hab ich nicht. Danke. Angel steckte das Geld in die Gesäßtasche seiner Jeans. Dann zog er den Mantel über, der ihm einige Nummern zu groß war und fast bis zum Boden reichte. Die Form verließ seiner jugendlichen Gestalt eine Breite, die er in Wahrheit nicht besaß. Du musst jetzt gehen, Maria. Ich werde die Tür von innen verriegeln, damit kein Verdacht auf dich fällt. Maria sah ihn an und Tränen standen in ihren großen Augen. Ihr lockiges, schwarzes Haar umgab ihren zarten Oberkörper wie eine dunkle Aureole. So wie sie hier vor ihm stand, war sie ein perfektes Ebenbild ihrer verstorbenen Mutter. Ich komme wieder, flüsterte er und strich ihr über das weiche Haar. Ich liebe dich. Dann schob er sie zur Tür hinaus. Schnell zog er den einzigen Stuhl heran und klemmte ihn unter die Klinke, griff nach seiner Tasche und ließ den Blick ein letztes Mal durch das kleine Dachzimmer schweifen. Hier hatte er sein bisheriges Leben verbracht. Dieses Zimmer spiegelte dieses Leben perfekt wieder. Die schlichte, fast schäbige Einrichtung. Das einfache Bett, der Schrank, der fadenscheinige Flickenteppich. Alles wirkte vernachlässigt, lieblos, zum Benutzen bestimmt. Genau wie er selbst. Blitzte es ihm durch den Kopf. Auch er war vernachlässigt worden und lieblos aufgewachsen. Doch benutzen lassen wollte er sich nicht. Er wollte nicht der Prügelknabe und Mülleimer des Mannes sein, der sein Vater war. Doch wenn er hier blieb, würde es soweit kommen. Einen Vorgeschmack hatte er heute erhalten. Dabei war der Schlag, den er hatte einstecken müssen, noch nicht einmal das Schlimmste gewesen. Schnell verschloss er die Tür in seinem Kopf, die zu diesen Gedanken und Erinnerungen führte. Er würde die letzten Stunden für immer aus seinem Gedächtnis streichen. Es hatte sie nie gegeben, denn so etwas durfte einfach nicht geschehen. Es war wieder natürlich und ekelerregend. Angel drehte sich ruckartig zum Fenster. Alles war normal. Es war rein gar nichts passiert. Er war einfach nur ein Junge, der von zu Hause ausriss. Nichts weiter. Das passierte doch in jeder Familie mal. Mit versteinerter Miene trat er ans Fenster und schwang sich auf die Brüstung. Als der Sturm besonders laut wütete, warf er seine Tasche im hohen Bogen auf die weiche Erde eines Beetes. Dann begann er mit dem Abstieg. Drei Stockwerke hatte er zu überwinden. Es war leichter, als er angenommen hatte. Das Haus verfügte über genügend Vorsprünge, an denen er sich festhalten konnte. Und im Erdgeschoss verhalfen ihm die Gitter, die vor den Fenstern angebracht waren, zu einer sicheren Landung. Angel sah sich um. Durch die Fenster des Wintergartens, den sein Vater als Atelier benutzte, schien Licht auf den Rasen. Ein Schatten hinter den bunten Glasscheiben zeigte, dass sein Vater trotz des Vorfalls von vorhin seelenruhig zu arbeiten schien. Dieser Mann war eiskalt und zu allem fähig. Das wusste Angel jetzt. Der Abschied von diesem Haus und besonders von ihm fiel er nicht schwer. Und Maria, ihr würde schon nichts passieren. Die Angst, die in ihm hochstieg, drängte er zurück. Er kletterte über das schmiedeeiserne Tor und sah sich um. Seit drei Jahren war er nicht mehr auf der anderen Seite der Mauer gewesen. Seit damals, als er vorzeitig die Schule beendet hatte. Doch er kannte sich hier aus. Immer die Straße entlang. Etwa zehn Kilometer nach Otterfing. Von dort würde er mit der S-Bahn in die Stadt fahren. Er hatte sich alles genau überlegt. Seit dem Tod seiner Mutter, seit seiner Gefangenschaft in dem verfluchten Haus, hatte ihn der Gedanke an Flucht nie mehr losgelassen. In der Stadt würde sich schon was ergeben. Irgendwas, womit er zu Geld kommen konnte. Irgendeine Unterkunft. Er machte sich keine weiteren Sorgen. Sie würden ihn in seinem Unterfangen nur behindern. Als er an der S-Bahn-Station ankam, war er vom Regen durchnässt. Beim Studieren des Fahrplans begann er leise zu fluchen. Die letzte Bahn war vor einer halben Stunde gefahren. Jetzt hatte er ganze drei Stunden und vierzig Minuten Zeit, bis der nächste Zug ging. Seine Gedanken begannen zu rasen. Was wäre, wenn sein Vater es nicht auf sich beruhen ließ und ihm heute Nacht noch einen Besuch in seinem Zimmer abstattete? Was, wenn er seine Flucht zu früh bemerkte? Würde er ihn suchen? Und wo würde er ihn wohl zuerst suchen? Er musste unbedingt hier weg. Nie wieder wollte er diesem furchtbaren Mann begegnen. Angel warf sich die Tasche erneut über die Schulter und ginge Richtung Ortsausgang. Er durfte nicht hier bleiben. Er konnte an irgendeiner anderen Station zusteigen. Doch jetzt musste er den Ort, der bisher sein Zuhause gewesen war, möglichst weit hinter sich lassen. Und jetzt muss er die Tasche erneut über die Schulter